und herzlich willkommen zu einem video mit mirko der gamer der afk hier rumsteht weil er zu faul ist sich zu bewegen dann hier irgendwo ist noch nico und wir nehmen ein kleines event ein kleines 123 spieler an einem fleck und ich bin ganz sehr froh dass man die grafikkarte nicht abscheißt denn sie ist ein bisschen veraltet hallo ja hallo auch von meiner seite aus also dass meine nicht abscheißen weil die scheiße ist ja meine ich habe herausgefunden dass meine übertaktet wenn ich da sie starten sie ist zu schlecht dafür ein Kind meine würde es natürlich schaffen ich werde hier für ich kann es spielen aber sie übertaktet ein bisschen was als bekommen alle tipps an am an der Planung und bevor das Event beginnt was es bekommen alle Jackpacks an an der Planung und bevor das Event beginnt also man muss sein ich glaube ich wollte sie in der anderen Chat schreiben ich weiß nicht ob das vielleicht doch nicht an uns gerichtet ist oder vielleicht gibt es auch eine kleine Strecke wo man müssten mit dem Dings fliegen muss also wenn wir gleich wissen müssen und hier sind so viele Spieler und guckt euch doch mal diese geile Markierung an das ist die Strecke die wir mit verschiedenen Fahrzeugen er abfahren müssen wird bestimmt und ob wir erster werden das glaube ich eher nicht deswegen kann das sein dass wir einfach wir wollen eigentlich nur fahren für Spaß mehr einfach nur was geschildert den Dump und das Rad entlang der Marker zum Flugzeugfriedhof das ist die schwarze Linie hier sind bei mir viel zu viele leute mitlaufen das machen wir ernst ich hab Zwiebel schon ja das fliegen ja dürfen sie sowieso nicht das ist nämlich darf ich nicht naja komm jetzt werde ich ein TS angeschoben dann ich mir das einfach und das wird wahrscheinlich der hässliche Zwiebeln der nervige Zwiebeln sein kannst du hast es nicht auf deinem Seitenbildschirm ja doch das ist ja wahrscheinlich bei diesem Test aber ich kann mir jetzt auch nicht rüber zwitschen weil ich im Vollbild das ist kacke und volle Menge Menschen hier ehrlich dann werde ich dann werde ich jetzt aber ganz kurz kacken und werde mal nachkommen schlag mich hier grad den Weg frei ey guck mal diese nächste aktuelle jetzt hat der Typ mich natürlich auch angeschafft das war natürlich kacke aber scheiß drauf egal mir geht es 3 2 1 verstoß wird ja ich hab weiter einfach aufgenommen aber egal genau deine Mutter hat Konsequenzen bei deuer und das hier wird ganz schön viel geschlagen ja auf jeden Fall da hat man ein paar Infos gerade gelesen die ich nicht alle mitlesen konnte total ganz und ich hab mir eigentlich halt einen Zuführerjob geholt wenn wir da wirklich da hinten Zug fahren müssen dass wir ganz schnell weg dass ich ganz schnell starten kann ich ja auch wenn das tatsächlich so ist wenn da nicht gleich Züge stehen aber ich glaube das wäre ja die Namen sind wirklich wie ein Licht da kommt oder die ganzen Namen sehen aus wie Lichter alte so hell ist ja ja hier werden geschlagen und was auch immer weil sie nicht abfahren ich weiß auch gar nicht mal ob ich hinter dir stehe ja du stehst ungefähr hinter mir ich kann da nicht rein wegen sondern bei dir steht ein Bull da du bist immer noch aufgabe irgendwie wie lasst man sich wieder fallen ähm gar nicht du kommst da nicht doch glaub nicht scheiße komm raus schnell mit enter mit enter mit enter die haben es gesehen ich hoffe nicht ich habe keinen die Schatten das ist gut dass ich alle Führerscheine habe das ist auch gar nicht so schlimm weil man hier sowieso illegal von können und das ist in den Events sowieso erlaubt ach so ok bei jeder Zwischenstation soll irgendwas interessantes nachgeben bin mal gespannt war es dann war keine Fahrzeuge alles laufen müssen weil der Chat ist richtig voll gespammt warum juken die den Chat nicht Patrick ich hab grad einen Typen erschossen weil der mich geschlagen hat ich hab mein Netty und sagt er die soll den Chat juken ey ja ja ist auf jeden Fall sehr komische Sache hier wie viele Menschen alter das ist wahnsinnig ja 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 alles jetzt wäre es so was geschrieben dass sie bitte ein Chat ausmachen soll weil der bringt ein bisschen mein Spiel zu nennen man kann weitergeführt und kommt dann wo kommen wir dann an die Klinik werden Prozent zurück zum anderen Lux von fahren müssen einmal von Fassel zum Lux von neben ich glaube der Jett ist auch so gut mehr ich weiß nicht hier, der Erste kriegt ein gemessenes Haus mit Autos hat ein Brückhaus? was? die Leute scheiden aus? gute Fahrt zum Glück haben wir die Musik ausgemacht, Mirko, weil jetzt hätten wir mal Probleme sonst ja, das ist es, weil so viel Musik wie hier mit darum lief, das war auch so ein Durcheinander, ey ich kann es aber mehr mal ganz kurz anmachen Patrick, soll ich Bulle töten? wie was, habe ich jetzt irgendwas überlesen? die verschreibt sich gerade ein bisschen, guck mal einfach mal was wir machen von dort aus zum Parkhaus, die letzten drei haben die Möglichkeit sich dann mit einem Hunter zu demolieren ja, die schießen auch das Event gewonnen gewonnen und bekommt einen USB-Stick per Post sowie 50k ja das ist ein USB-Stick da steht tatsächlich extrem drauf und der hat 8 GB ja, und? also, mir ist der nicht so wichtig die 50k würde ich sagen, okay, die nehme ich gerne, aber wir gewinnen nicht das ist die Wahrscheinlichkeit nicht, aber wir haben keine so guten Waffenskills Waffen sind nicht erlaubt ja, wir haben aber wahrscheinlich keine so guten Skills für Rennen und alles damit wir überhaupt gewinnen können die drängen dann sowieso gleich alle, wie die beschulden Mirko? ja? jeder der mir auf den Sack geht ich schwöre, ich zück die Knarren und knall ihn weg und es ist dir scheißegal auf die Späne ah, wir müssen von der Fahrschule Marke aussteigen dann gilt wie beschrieben weiter ok, also, man muss tatsächlich den Zugjob annehmen man fährt die gelbe Strecke, die kann man hier sehen dann bis dahinten hin bei der einen Base das Event startet in 1 Scheiße, ist lecker wie ein Haufen Kacke, Alter ja, vielleicht, äh, wir sind auch so viele Leute auf einem wenn man da einfach nicht rennen kann, ich lauf da so schnell für das fährst du? ich kann nicht einsteigen wer läuft noch? ich hab den Einsteiger-Bug muss man, hä? eiert muss man da durchfahren alter hol dir dein eigenes Mirko, muss man da durchfahren alter sind da noch Karts? ja, weiterhin bleib mal bitte stehen irgendwo dann, damit wir uns treffen können ne, ich muss weg die klauen hier alle boah, alter wisst ihr was? fuck you die pannen ja wie die Bescheiden hier kommt keiner vom Hof oder wenn ich das Kart behalten darf? nein, das kannst du die Marker aufsammeln? nein, die sammeln wir nicht auf da hätt ich da auch durchlaufen können oh Junge die haben noch so viele Skripte die hätten das ruhig machen können damit man die aufsammeln kann Massen-Explosion am BHF ich steig aus meinem Part aus, jetzt reicht's ich muss weg N こ, jetzt reicht's mermann ne, nö, jetzt probieren wir mal ob man kann Alter, was ist hier los? wisst ihr was? glaub ich aber also bist ist tot nein ich geh zu Fussball i'... ne, ich bin jetzt mal beim Job Nivel in mal wid Alter, da kommst du nicht im Marker rein alter, komm J�, lass mich durch du musst einmal nur Start drücken ey, Patrick, ich drückse vielleicht die Knarre das ist Ja, ich bin draußen. Ne, der Server leckt. Ich habe auf Start gedrückt. Nein! Jetzt! Alter, wie viele Züge! Ich mach Limit auf 180 ein. 170, gell? 180 kann er nicht machen. Alter, fällt 50, ich verhinder' dir! Du fährst in mir. Alter! Ja! Bei mir leckt es extrem manchmal. Boah, die Marken sind einfach so scheiße. Oh, lol, was ist das? Ja, jetzt hat sich mal gebestert, Marco. Ja, weil sie so langsam weniger an einer Ecke sind. Bist ein bisschen vor mir. Hier, ihr nützes Limit bei Zügen ja gar nichts. Nee. Dauten sind Monster Drugs. Ich fahre mit dem Untertur. Aussteigen! Wo soll ich denn da hin? Nach unten, da stehen am Fortrex. Ach du Scheiße! Die letzten drei dürfen sich einen Hunter nehmen. Ich wurde rausgeschmissen. Wie? Aus eins. Statt sich ein eigenes zu schnappen, klauen die immer von den anderen. Was soll der Kack? Mit den Dingern kann ich gar nicht mehr fahren. Ich muss schwimmen. Ah, man fährt übers Wasser, ja. Bist du runtergekommen gescheit? Nein! Auch so gefrein gefallen, ha? Bin gleich drüben geschwommen. Das ist echt anstrengende Sache, aber es ist auch mal was ganz Spannendes in MTH. Statt blöd zu machen. Da drüben geht's mit Monster Drugs, weil da seh ich grad. Ja, ich bin fast da. Ja, ich bin mitnehmen. Boah, Alter, ich hab mir jetzt so ein Luftfahrzeug geschnappt. Ich bin gerade beim letzten Marker der Liedernen. Du bist vor mir irgendwie, du bist das... Spannst du deine Leertaste? Nö. Ach so, schwimmst du schnapp... Ach so, ich werd die ganze Formel Vortricks gerammt, deswegen. Mau, vielleicht kurz warten und du fährst bei mir einfach mit. Ob das wirklich so gut ist? Ist ja nicht verstanden. Was ist das? Fuck the lawn, fuck the lawn, Alter. Ich muss erstmal einen. Komm, Alter, wollt ihr mich verarschen? Was ist das? Monster Drugs sind leer. Wie? Ich geh kein Mod. Wir sind draußen. Fick dich! Warum gibt es keine Monster Drugs? Wer soll der? Wir sind draußen. Egal, YOLO, Vortricks, weiter. Das hab ich auch gerade vorgehört. Wenn ich jetzt wegen Event-Störung gebannt werde, dann sollen sie sich ficken. Warum, was mach ich denn? Die haben das nicht gesagt, dass man mir das nicht darf. Es ist nicht verboten, weil... Was kann ich dafür, wenn da keine Monster Drugs mehr sind? Wir machen einfach weiter. Dann sollen die sich einen Hunter nehmen. Ich weiß gar nicht, wo die stehen. Nein, die Hunter sind nachher fürs Ende des Event, am Ende des Events. Wenn da nachher sollen... Die werden dich am Ende abballern. So, und die letzten drei, die überlebt haben, die dürfen dann mit dem Hunter... ...ähm... zu sagen... ...kloppen. Wo bist du, Mirka? Bei den gelben Markern. Du bist ein bisschen weiter vor mir. Was auch immer die gelben Marker gerade sind... Sind da auch was? Was? Zu Fuß. Wie? Die Gelben geht man zu Fuß. Oh, Kipplastern sind die grünen. Okay, ich komm. Komm, komm, komm. Bauch auch einen. Einer steht da noch. Wartest du vielleicht auf mich? Dann kann ich bei dir einsteigen. Ich bin auch da. Ich steh auf der Brücke. Also schon weiter, weg. Ich bin da. Da fährst du grad weg? Nein, ich bin der andere. Der da steht. Die Gache. Schnell. Kann ich nicht. Fuck. Doch, jetzt. Der ist noch nur ein Einsitzer. Ich muss weiter, ich muss weiter. Ja, komm, vor Ort. Ja, wir wollt... Du bist so unfreundlich. Das ist nur ein Einsitzer. Das ist ein Zweisitzer. Nein. Ähm, jetzt bin ich auf die Lade. Komm ich nicht so leicht rauf. Wollt du, willst du jetzt alles laufen, oder was? Ja, was soll ich sonst machen, wenn ich nur mitmachen will? Nein, ist das euer Ernst? Ich soll mit dem Ding Gelände fahren. Opfer. Du läufst den ganzen Scheiß. Da bin ich schon so gut im Sprint, gell? Ja, es ist ein Vorteil. Ich hab nur nichts gesagt dagegen, dass ich mit dem Ding gefahren bin, mit dem Vortrecks. Alter, was ist erlaubt. Scheiße, scheiße, scheiße. Mit was geht's hier weiter? Nichts. Wenn da keine Autos stehen sind, bist du Pech. Du musst aus dem Auto eigentlich rausgehen. Na, wenn du das merken, bist du gefickt. Hä? Mit was geht's? Und dann keine Autos? Ähm. Über den Flughafen, was muss ich da denn machen? Da sind wahrscheinlich Flugzeuge. Es werden bitte alle Fahrzeuge bei Ankunft an deinem neuen Markt aus dem Rem genommen. Ah. Fuck. Ich hab die Karin nicht gesehen. Ich weiß, welche das ist. Welche? Ich hab mega Lads ab und zu, äh. Sollte ihr wer mit, mit alten Fahrzeugen weiterfahren, ist das Event für dich beendet. Für diesen beendet. Aha, also wenn du jetzt das, was wir gemacht haben, wo ich mit dem Ding weitergefahren bin, wäre verboten gewesen. Glaub, hier musst du fliegen. Äh, äh. Da stehen diese Sanddinger, diese Fahrzeuge, die über Sand fahren können. Und ich hab das Ding... Nicht diese Sandking, sondern diese Einsetzer, diese... Ich weiß nicht, wie die heißen gerade, das ist mein Problem. Ich lauf die... Ich lauf gerade über den Flughafen. Ich auch, ich bin bei der... Ich hoffe mal bei der Roten... Eigentlich würde ich sagen, bringt's das nicht mehr. Die ganzen Fahrzeuge sind jetzt schon weg. Ich beim nächsten am Marker ankomme und die sind auch wieder alle Fahrzeuge weg, dann hör ich ja auf. Hier fährt noch einer weiter mit seinem Sandgewerbwagen da. Na komm, weil dann bringt's echt nicht mehr. Warum also? Oder wir laufen nach, nach, zum Ende. Ich bewege mich jetzt irgendwie noch vor Ort. Gut, ich lauf gerade auch. Es sind aber wenige Spiele auf dem Server geworden, also mein, gerade. Stimmt. Ja, vielleicht hat's bei vielen gel... Ne, man fährt nicht mit dem Ding... Bei mir ist es wegen der Marker, ab und zu. Fährt man mit dem Dingern weiter? Ich will's gleich beim letzten schwarzen. Ich auch, da stehen Fahrzeuge. Wie viele? Genug. Gut. Ich will auf jeden Fall schaffen, zum Ende zu kommen, ist egal. Wir sind fast die Letzten, glaube ich. Aber die meisten waren einfach nicht mehr mit, deswegen sind wir die Letzten. Hinter mir haben auch schon welche den Sinn aufgegeben. Boah, ich seh da... Patrick, hinter mir ist gar keiner mehr. Was ist denn... Mit was geht's denn mit Lila? Ist schon bei Lila. Ab einer neuen Farbe soll ich was anderes nehmen. Hier steht aber nichts. Gut, alle weg. Also laufen. Wer schreibt das? Mit welchen Autos geht's bei Rot weiter? Das sind so diese... Das sind diese Beach-Fahrzeuge. Also nicht, äh... Scheiße. Da wurde mir grad der Letzte weggeholt. Ne, ich hab ihn. Die ist der Bandito? Ja, genau. Hab einen. Bis zur Lila. Lila musst du laufen, weil die Karren weg sind. Soll ich dir was sagen? Ich hab Anblick wird's. Pssst, hab ich auch gemacht. Aber die kontrollieren mich nicht so. Also hier fliegen einige rum. Auf jeden Fall. Oh, meine Karre brennt. Oh oh. Im gelben Bereich... geht's bum 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 bum. Macht es da. Alter, da fährt einfach welche weiter mit dem Ding an. Dürfen sie nicht. Ich weiß, ich bin bei Lila jetzt. Ich hab's so weit geschafft. Ich lauf grad den Lila, ne? Ja, die Lila lauf ich auch. Ich weiß nicht, was es da für ein Karre geben sollte, aber... Ich lauf gleich einfach. Da fahren sogar noch welche mit Sandkipper. Wollt ihr mich verarschen? Na komm, ich lauf gleich, wer fällt ein? Dann bin ich plötzlich nur bei Gelb. Nein, ab Gelb musst du richtig sein. Echt? Weil ab Gelb kommt irgendwas dazu. Ah... Die Leute mit den Huntern sind da. Sind die drei... Die Hunters sind schon down. Die Hunters sind down. Die Hunters sind down. Da sind schon welche. Da sind schon welche. Da sind schon welche. Da sind schon welche. Das war's mal querfelt an bis zum letzten Lila den Marker. Aber ich bin auch bei den schwarzen Markern. Leute, bei mir... Letzt. Richtig. Aber mir geht's. Ah, ich hab's nicht geschafft. Ich weiß nicht. Was steht bei Gelb für Fahrzeuge? Ich weiß es nicht. Kopf die entfernen die Marker. Kante wahrscheinlich stehen da. Weiß es nicht. Äh... Hier stinkt keine. Wir sind auch leer. Soll ich jetzt echt die Gelbe Strecke laufen? Abkürzen. Das ist nicht möglich. Doch, das ist nicht möglich. Doch, das ist nicht möglich. Bleib mal bitte bei Lila letzter Marker stehen einfach. Ich komm da auch. Ich glaub ich bin schon raus. Und schon lang raus. Wir sind Lux. Was? Ich weiß nämlich nicht, wie es hier weiter... ...gehen soll. Den Flughafenfahrzeug, ja. Junge! Das ist der nicht. Das ist verkehrt. Das ist nicht der letzte Lieder, ne. Das ist verkehrt. Das ist nicht der letzte Lieder, ne. Ich fahr jetzt trotzdem noch kurz hin. Ich möchtest... ...den Endfight ansehen. Ich will einmal die Strecke zu Ende fahren. Ich fahr sie gerade jetzt zu Ende, mit irgendeinem Auto. Ich auch. Mit... Ich glaub der Lila war sogar ganz richtig. Meinst du? Ja. Ab hier wurde man aber irgendwo... Ah ok, ich seh den Heli-Platz. Da darfst du aber nicht rauf. Ich fahr es aber gerade richtig. Die Strecke. Ich bin da. Ich bin hier richtig gefahren. Da jeden Marker gerade durch. Ja und was passiert mit denen die... ...die... ...die Leute? Die sollen die nach... ...jetzt zurückkommen? Bis vorne. So gut. Äh jetzt sind alle Marker weg. Ich würd sagen für uns war's das dann eigentlich auch. Ja ich denk mal das reicht auch für diese Ausnahme. Ok. Tschüss. Und dann sag ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.